Es gibt hier was Neues, nämlich etwas aus dem Katalog. Der riecht noch richtig frisch, der ist gerade erst hier eingeflattert. Und ja, da haben wir uns mal was ausgesucht gegen die Langeweile. Denn wir wollen endlich wieder Spaß mit der Familie, mit Freunden. Und am besten sollen die gleich auch ein Foto von sich machen. Ja, bei der nächsten Veranstaltung, bei der nächsten Party macht jeder Gast ein Foto von sich. Oder vielleicht machen sie gerade selbst die Marmelade, die leckere Erdbeermarmelade oder andere leckere Köstlichkeit, die sie beschriften möchten. Das geht hier mit unserem wunderbaren Fotodrucker, stimmt's? Wir haben den gestern gekriegt und schon so viel Spaß damit, mit unserem Fotodrucker. Der druckt auf Thermopapier ohne Tinte. Das heißt, sie haben keine Verbrauchsmaterialien außer das Papier. Und das Papier ist dieses Thermopapier, was ganz normal auch in Kassen, handelsüblichen Kassen benutzt wird. Das ist 80 Millimeter breit, also 8 Zentimeter. Und da bekommen sie richtig große Fotos raus. Diana hat hier den Drucker mal in der Hand und schon sehen Sie mal, wie klein der ist. Den kann man also ganz einfach in die Tasche stecken, in die Handtasche, in die Laptop-Tasche oder sogar in die Sakko-Tasche. Sieht sehr elegant aus. Und sehen Sie, hier ist die Rolle, wo das Thermopapier drin ist. Und wenn man dann auf dem, das zeigen wir Ihnen gleich mal, ein Foto gemacht hat, kommt es vorne ganz automatisch in Blitzgeschwindigkeit raus. Wir haben hier mal ein Foto gemacht, die App bekommen Sie natürlich auch dazu und die ist umsonst. Und wenn wir das jetzt ausdrucken wollen, soll ich mal auf, du hast beide Hände voll. Ja klar, drucken. Dann drücke ich einfach hier auf drucken. Und jetzt sehen Sie, er arbeitet und gleich kommt unten das Papier raus mit, sehen Sie mal, wie schnell das geht. Wow, das geht ja fix. Und dann haben Sie ein tolles Foto von uns dreien da zum Beispiel. Das haben wir direkt vor der Sendung gemacht, also wirklich 20 Sekunden, bevor wir auf Sendung gehen. Das ist halt das Tolle, dass man instant Fotos bekommt. Also ganz, ganz schnell in schwarz-weiß. Es hat eine Auflösung von 200 dpi, ist also nicht so hoch wie ein richtiges Foto, aber ein großer, großer Spaß. Und schauen Sie mal, die Auflösung ist doch gut dafür, dass man das eben bekommt. Und die Kosten davon, und das ist der wirkliche Hammer. Jeder Ausdruck kostet weniger als einen Cent. 0,6 Cent haben wir ausgerechnet, kostet jedes Foto auszudrucken. Und das ist einfach, das ist praktisch umsonst, kann man ja fast schon sagen. Auf so einer Rolle sind 3,5 Meter Papier drin. Das reicht für 600 Fotos. Entschuldigung, nicht 600, 600 Fotos reichen für 40 Meter. Das heißt, hier bekommen Sie 50, 60 Fotos pro Rolle raus eben, dass es eben so einfach ist und so schnell. Ein Riesenspaß, also ich kann mir das toll vorstellen, auf der Party einfach irgendwo auf den Tisch zu legen und jeder kann von sich mal ein Selfie machen oder so. Ja, stimmt. Früher waren das doch so schnell, wie hießen diese Fotos? Genau. Und heute geht das so einfach nur, früher war das ja sehr teuer, das Papier an sich. Das Ausdrucken war teuer, da hat man sich jedes Foto zweimal überlegt, ob man das überhaupt ausdrucken möchte oder schießen möchte. Und heute geht das so einfach dank Thermodruck. Sie haben das gesehen einfach mit dem Handy und Handy hat ja heutzutage sowieso jeder. Das heißt, Sie müssen nicht erst noch eine Kamera dafür kaufen. Und dann machen Sie ganz einfach Fotos. Man kann damit auch schöne Fotogeschenke machen. Schauen Sie mal, so eine Fotowand von allen Gästen, die zu ihrem Geburtstag waren oder vielleicht Hochzeit oder andere Partys, die wir demnächst hoffentlich noch schmeißen dürfen. Und dann kann jeder Gast von sich ein Foto machen, vielleicht dazu noch irgendwie einen kleinen netten Spruch hinterlassen. Ich finde das so schön, weil das sind auch mal schöne Geschenkideen. Das ist auch was Persönliches. Das ist nicht einfach was, was du im Internet bestellen kannst, sondern es ist etwas ganz, ganz Persönliches. Ja, vor allem der Preis ist der Hammer. Also man hat die einmalige Anschaffung der Kamera, aber die ist ja nun auch nicht so teuer. Und dann eben das Papier dazu. Sie bekommen eine Rolle dazu und können dann eben noch weitere Rollen kaufen, weil es halt dieses preiswerte Fotothermopapier ist, was handelsüblich in allen Kassen heutzutage ist. Und Sie bekommen da eben wirklich viel Ausdrücke raus mit so einem 3,5 Meter langen Papier. Wie gesagt, jedes Foto kostet laut dem Papier dann eben 0,6 Cent. Und das ist schon Wahnsinn. Da kann man also wirklich wild in der Gegend rumfotografieren und einfach nur viel Spaß haben mit dieser Kamera, um das zu drucken. Es kann natürlich noch mehr, es kann noch Dokumente drucken, es kann Visitenkarten drucken, es kann scannen, also Texte scannen hat es da nochmal im Programm. Diese App ist wirklich unglaublich, weil man damit eben alles machen kann, ganz einfach die Fotos drucken kann. Und dann wird das eben, jetzt haben wir mal einen Text ausgedruckt. Das ist eben das Tolle. Das macht Spaß, Diana, ne? Ja. Natürlich, zum Beispiel meine Mama, sie macht viele Sachen zu Hause, wie Marmelade und so. Und sie hat mir gefragt, ob ich kann dieses Papier kaufen. Aber hier, wir können alles selbst machen. Zum Beispiel habe ich hier geschrieben, Erdbeeren Marmelade 2021. Und das ist so praktisch, da sie können zum Beispiel kleine Zeichen hier machen, wie Erdbeeren, ja? Oder Smiley oder Foto mit Enkelkinder, ja? Ich finde, das ist so cool. Also sie können so viele Sachen machen, wie gesagt, für Partys, für diese Wochenende mit Kindern, ja? Diese schnelle Foto, das macht immer Spaß. Also ich bin echt begeistert, tolles Produkt, ja. Weil es eben auch so schnell geht, weil man macht ein Foto und drückt es. Ja, guck mal, jetzt, ich zeige, was möchte ich machen. Du kannst es noch erklären. Du kannst es noch erklären. Es funktioniert über Bluetooth, natürlich mit 10 Meter Reichweite. Alles, was Sie haben müssen, ist ein Handy. Die App gibt es für Android und IOS. Und dann können Sie richtig Ihrer kreativ, Ihrem Spaß freien Lauf lassen, um eben hier Fotos zu machen, Spaß zu haben. Um jeden Partygast zu fotografieren, muss man nicht darauf achten jetzt, ob da jetzt viel Papier oder viel Tinte gebraucht wird bei. Hier können wir alles ganz einfach, was machst du jetzt, das Scannen? Ja, ich möchte das auch probieren. Es gibt tatsächlich noch Texterkennung dabei, aber es hat ein spezielles Fotoprogramm zum Texterkennen, das ist dann sehr kontrastreich. Das werden wir gleich sehen. Und die Kamera, der hat sich schon sehr gut verkauft. Wir hatten den schon in der Top Ten Liste gestern, weil er halt im Katalog schon drin war. Jetzt ist er eben im TV auch das erste Mal. Und dann kann ich mir vorstellen, dass er sich wirklich wieder super verkauft. Ja, weil der Trend auch wieder dahin geht, dass man mehr selbst macht. Dass man auch Geschenke, die man zu einem Geburtstag oder zu einer Hochzeit verschenken möchte, dass man das auch wieder selbst macht. Und nicht einfach nur irgendwas Fertiges kauft. Das ist ja der Markt momentan. Das ist so, dass man auch Tassen selber druckt, dass man hier auch mal eine Visitenkarte selbst machen kann, Etiketten selber machen kann. Das ist eben was ganz, ganz Tolles. Und das heute für 66 Euro, das ist unsere TV-Neuheit. Und die ist auch jetzt wieder sehr, sehr beliebt. Und was habt ihr denn da gerade gemacht? Wir haben gerade mal einen Text gescannt, genau. Und dann kann man also wenige Sekunden, ich schwöre, das war so schnell. Oh mein Gott. Und den können wir jetzt auch einfach, wenn wir hier auf Drucken gehen, wird der an den Drucker geschickt und kommt eben dann auch. Können wir zugucken, wie der Text hier rauskommt. Schauen Sie. Ja. Ich weiß, für was das toll ist. Wenn du zum Beispiel beim Arzt sitzt und da ist eine Zeitschrift und da hat man zum Beispiel ein Rezept. Und früher, da hat man immer dann so ganz heimlich das Rezept rausgerissen und heimlich verschwinden lassen. Habe ich auch gemacht. Und heute fotografierst du es ab, druckst es dir aus und heftest es dann selbst in dein Rezepteheft rein. Das kann man ja auch machen, oder? Oder so Rätsel, so Duko. Ja, oder computertechnische Sachen auch. Egal was, man kann das einfach fotografieren und hat es dann immer dabei. Oh, hier, guck mal, neue Foto hast du gedrückt. Ja, ich habe vorhin mit Marcel, der ist ja heute da, haben wir ein Bild gemacht. Das kam eben auch ruckzuck raus. Ich zeige Ihnen nochmal, wie schnell das geht. Wir gehen hier auf Bild in der App, gehen wir auf die Bildsteuerung, können entweder ein Bild aus unserer Galerie nehmen oder ein Foto machen. Ich mache jetzt mal ein Foto von dir, Diana. Sehr fotografierend bist du. Jetzt haben wir diese wunderschöne Bild. Oh ja. Ich sage hier, das Foto sollen wir nehmen und drucken. Das ist wunderschön. Dann drücke ich auf den Drucker. Hübsch. Und schicke es an den Drucker und schon wird es ausgedrückt. Eine echte Schönheit. Auch cool, zum Beispiel für Partner oder Partnerinnen, machen sie kleine Sprüche. Ja, zum Beispiel, ich wünsche dir einen schönen Tag, mein Schatz. Ja, und einfach in Taschen oder in Portemonnaie einfach das liegen. Das ist so süß, ich weiß nicht. Das ist echt eine tolle Sache. Und für diesen Preis, ich glaube, sie nutzen das jeden Tag. Ja. Oh, Schönheit. Das kannst du dann auch deinem Partner demnächst. Oh mein Gott. Und man kann Fotos auch wieder richtig zerreißen. Nicht mehr digitalen Handys kann man ja schlecht zerreißen. Und vor allem, es kostet so gut wie nichts. Wenn du jetzt wirklich mal ein Foto dabei bist, wo du sagst, Gottes Willen, das kann ich niemandem zeigen. Ja, normalerweise. Normalerweise würdest du sowas so schnell nicht einfach wegschmeißen. Und das geht ganz einfach, weil man hat ja hier, das ist kein Druck in dem Sinne mit Tinte, sondern es ist durch Thermodruck entsteht das. Und das ist wirklich in den Kosten gleich null. Stimmt's? Ja, jeder Ausdruck kostet weniger als einen Cent. Also 0,6 Cent haben wir ausgerechnet. Wenn sie dann eben Rollen danach bestellen, kostet ein Ausdruck 0,6 Cent. Und das ist einfach unschlagbar. Ist praktisch umsonst und macht einfach einen Riesenspaß. Einfach Fotos machen, wo man will, die Ausdrucken jemandem mitgeben. Das ist ja das Tolle dran, dass man hier, dass das hier nicht kostet und diese App eben so diese ganzen Sachen für Sie erledigt und instant auf Ihren Drucker rauswirft, der eben auch noch so handlich dabei ist. Und schön, finde ich. Der ist richtig stabil. Der nimmt auf allen Dingen auch nicht so viel Platz weg. Beim Drucker denkt man ja automatisch an so eine Riesenkiste. Also so ging das mir das erste Mal. Aber das ist ja wirklich ganz klein. Auch mal für die Handtasche, ne? Wenn du irgendwo eingeladen bist als Gast zu einer Party zum Geburtstag, dass man das auch einfach mal irgendwo mit hin nimmt. Ich habe hier so viele andere Sachen, zum Beispiel. Das ist so interessant, einfach das ein bisschen gucken. Die Werkzeuge, Dokumente, Webseite drucken. Du kannst eine Webseite drucken. Webseite drucken. Ja. Drehst du mal die Kamera, Diana? Ja. Ja. Oh, guck mal, was habe ich gemacht. Oh. Sommer. Sommer kommt. Das ist so cool. Ich weiß nicht, was du es genau sagst, ja? Aber du kannst so viele Sachen machen. Ich wusste das nicht. Ja, cool. Ja, das ist ja das Tolle. Machen wir für deine T-Shirts. Hier, wir können hier Mistjohnny ran machen. Ja, das ist richtig cool. Weil da kannst du zum Beispiel auch, wenn jetzt jemand Geburtstag hat, dann kann man ein Eingangsschild machen, herzlich willkommen zum Geburtstag. Oder wenn jemand vielleicht im Urlaub war, dass man schreibt, herzlich willkommen zurück. Ja. Es ist eben das Schöne, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ja. Wir sollten das hier für unsere Bestellnummern-Statistiken erst machen. Diana, mach mal ZX5048. Ach so. Ja, Moment. Moment. ZX5048-569. Ich habe schon was anderes gemacht. Ich weiß nicht, was kommt. Die Kleine. Die Kleine. Haben wir die Kleine Bestellnummer ausgedruckt? Aber es geht eben auch nicht. Ich mache große Warte. Es macht richtig so. Sie sehen, wie viel Spaß es ist. Wir sind ja auch noch dabei, den zu entdecken. Das ist cool. Das ist natürlich toll, hier einmal die Fotos zu machen, wo Sie diese Fotos machen können. Und Miss Sommer 21, Frau Ann-Kathrin Koch. Warum mache ich Miss Germany? Vielleicht haben Sie das auch bei diesem Gerät gemacht. Ja, vielleicht haben Sie das auch mit so einem Gerät gemacht. Aber ist das nicht cool? Da kann man zum Beispiel auch für selbstgemacht. Es gibt ja meine Oma, die macht immer selbstgemachten Salbeischnaps. Da kann man das ja auch. Die macht dann immer so kleine Flaschen. Und dann kann man das schön verschenken. Oder Himbeerlikör. Müsste man mitbringen. Himbeerlikör habe ich schon mitgebracht, unsere Redakteurin. Sie sehen, die Möglichkeiten für diesen Drucker sind unendlich. Weil man alles damit ausdrucken kann. Und wie gesagt, es kostet fast nichts. Jedes Foto, also jede Länge, es wird ja nur nach Länge, sind ja keine Verbrauchsmateriellen. So ein Ausdruck, 8 x 10 cm kostet 0,6 Cent an Material. Das ist alles. Die Bestellung brauchen Sie noch. Das ist die ZX5048 und die 560. Deswegen heißt der ja auch mobiler XL-Akku-Fotodrucker. Weil es gibt ja viele solche kleinen Drucker, aber da kann man nur Kleinigkeiten mit drucken. Hier können Sie richtig große Bilder und auch Schriften ausdrucken, wie Sie gerade gesehen haben. Banner. Banner, ganze Banner, ganze Willkommensschilder. Ja, das ist was super Schönes. Und das für 66,49 ist natürlich gigantisch. Also greifen Sie dazu. Und du hast uns sogar nach Etikettenrollen mitgebracht. Was mache ich denn damit? Ja, das ist das Tolle, dass wir hier eben einmal dieses normale Thermopapier nehmen können. Wir haben aber auch selbstklebende Etikettenrollen dabei. Guck mal, jetzt kommt unser Bestellung mal raus. Das ist eine Überraschung für uns. Das ist eine Überraschung für uns, sagt sie gerade. Das ist schärfe. Ja, zeig mal den Etikettendrucker. Oh Gott. Der hört gar nicht mehr auf zu drucken. Sie können jedenfalls tatsächlich auch selbstklebendes Papier selbstklebende Rollen kaufen, wo Sie dann Etiketten bekommen. Was haben wir denn? Miss Pearl Tv 2021. Vielleicht du. Nein, ich bin Mr. Pearl Tv. Jetzt gerade, wie sie eingeblendet sind, sind die Etiketten. Das heißt, wenn Sie mal was beschriften möchten, die kleben nämlich automatisch. Wie viele Rollen gibt es denn damit nach Hause, Ingo? Da gibt es, also wir haben die einmal in weiß. Da gibt es, die haben wir jetzt hier. Das sind drei Rollen sind da drin. Ich zeige Ihnen das mal. Diese drei Rollen sind jeweils dreieinhalb Meter lang. Und dann kommen sie eben auf diesen Materialpreis von 0,6 Cent pro Ausdruck. Das ist eben das Tolle. Schauen Sie mal, wenn ich die rausnehme, um diese Kinder leicht zu wechseln, in diesem kleinen Fotodrucker. Und dann bekommen Sie ein Etikett raus, was eben selbstklebend ist. Das heißt, du kannst da wirklich richtig Etiketten für Marmeladengläser, für Ihre Gefrierbeutel, für was immer Sie wollen. Das ist dann ganz einfach eben auf dieses Thermepapier gebracht und zu einem Spottpreis ausgedruckt. Wie gesagt, das Einzige, was Sie haben, sind die Anschaffungskosten des Druckers. Hier bekommen Sie drei Rollen, A, 3,5 Meter. Das ist eben, da bekommen Sie so viele Bilder raus, dass Sie eben damit wirklich monatelang, jahrelang ausgelastet sind. Hier ist alles dabei. Das ist ein Zusatzpunkt, was Sie so umgehen können. Für die Schulhefte von den Kindern, die müssen das ja auch immer beschriften, Mathematik, Klasse 9, B oder, ja, das muss man ja auch immer beschriften. Ich kenne das von meiner Nichte, die müssen das immer ganz akkurat alles tiptop beschriften. Da kann ich mir das auch vorstellen. Wobei, für Kinder würde ich es ja noch in Bund nehmen. Haben wir doch auch, oder? In Bund haben wir auch hier, das ist eben, da haben wir hier, blau, rosa und gelb. Und ich habe hier vorher schon mal was ausgedruckt. Ich war jetzt noch nicht so versiert in dem wie Diana in dem Drucker. Deswegen habe ich einfach mal ein Foto gemacht. Und die kleben? Und das auf diesem rosa Papier gemacht. Genau. Oh, das ist aber toll. Und die kleben jetzt. Hier sehen Sie das? Das ist ausgedruckt von dem Drucker. Ach, cool. Und jetzt kann ich das hier abziehen und überall hinkleben. So dieses Foto. Ach, das ist ja was Tolles. Da kann man ja richtig schöne Fotogeschenke basteln. Und verschiedene Farben. Das ist natürlich auch toll für die Ketten. Zum Beispiel rosa für die Marmelade. Oder wenn du die verschiedenen Jahre haben möchtest, da weiß man auf Anhieb, was was ist. Oh, das finde ich aber toll mit den Etiketten, dass die kleben. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, die kann man überall randkleben. Und Diana zum Beispiel. Oh, das ist für dich, bitteschön. Ah, jetzt bekommt ihr auch mein Mr. Pearl TV. Oh, Miss und Mr. Pearl TV. Können wir dafür bitte einen Snapshot haben? Ist das nicht cool? Aber was man damit alles basteln kann, das gefällt mir sehr gut. Aber auch mit den Etiketten. Also schauen Sie mal, 9,40 Euro. Und das kann ich dir einfach randkleben. Stimmt. An die Stirn. Das kostet ja nichts. Das ist ja das Ding. Das kostet, die ganze Länge kostet vielleicht 5 Cent, sage ich mal. Du hast mehr Platz hier. Ich habe mehr Platz bei mir, danke. Ich bin... Hier bekommen Sie halt diese drei Etiketten in rosa, in blau und in gelb für 9,49 Euro. Drei Rollen in drei verschiedenen Farben. Alles zusammen drin hier in diesem Package. Würde ich am besten gleich dazu bestellen. Auch damit können wir es gleich festkleben. Ist natürlich auch toll, die farbigen Etiketten zum Beispiel für Kinder. Wenn man zum Beispiel blau, dass man das für die Jungs nimmt, rosa für die Mädels. Gelb hast du gesagt, ist noch dabei. Gelb, rosa und blau, genau. Oder vielleicht zum Beispiel, wenn man so eine To-Do-Liste hat, so eine Tafel, dass man vielleicht immer rosa ist, vielleicht steht für den Müll entsorgen und gelb steht für die Wäsche waschen, dass man sowas vielleicht einteilt. Und unser kleiner Akkufotodrucker muss auch irgendwann mal geladen werden. Ein Ladekabel ist dabei und ein Netzteil gibt es jetzt noch für kleines Geld dazu. Genau, da haben wir unser weißes Netzteil dabei. Das ist natürlich auch farblich, passt es dann natürlich ein. Die Akkuladung hält übrigens für 40 Meter Ausdruck. Das heißt, da können Sie zehn von diesen Rollen komplett durchdrucken. So viel können Sie gar nicht innerhalb eines Monats oder zwei Monate drucken. So lange hält ein R-Q. Das ist also wirklich schon mal sehr, sehr gut. Und Sie bekommen hier das Netzteil von uns dazu. Das ist ein Universal-Netzteil, was eben auch für Smartphones, Tablets, E-Book-Reader, alles, was ein USB-Anschluss hat, benutzt werden kann. Ich bin ganz begeistert von diesem Drucker und gerade mit dem ganzen Zubehör. Sie haben gesehen, was man damit machen kann. Man kann tolle, spaßige Fotos machen für eine Fotowand. Man kann rosane Aufkleber drucken, haben wir hier auch gesehen, die man überall hinkleben kann. Und wir haben unsere drei Banner hier gedruckt. Wo ist dein Banner? Meine hier immer. Alles für wenig Geld, eben weil es auf Thermopapier ist, keine Tinte verbraucht. Es sind einfach heiße Nadeln, die durch den Kontakt mit dem Papier diese schwarzen erzeugen. Ein Schwarz-Weiß-Drucker. Acht Zentimeter breite Streifen können Sie damit bedrucken, wie Sie wollen. Mit der App ist es alles dabei. Bei unserem Kylestell mobilen Akku-Fotodrucker. Und macht richtig Spaß. Ja. Oh. Oh. Das macht richtig Spaß. Das war richtig viel Spaß. Das war richtig. Vor meinem Portemonnaie. Greifen Sie zu für 66,49 Euro. Sie sehen, was wir hier für eine Menge Spaß haben. Rufe Sie an 0800 51 51 51 und 3 mal 4. Tschüss.